So, das neue Video ist online Leute und da ist er in der Architekt, denn mein neues Büro wird designt, da wird geplant, alles, Leute, es wird immer größer, richtig cooles Video, auch sehr interessant für euch, swiped ab und ich wünsche euch viel Spaß. Kennt ihr das Leute, der Nusslöffel ganz unten ist? Jeden Morgen zwei Löffel Leute, in meinen schönen Butz Shaker, dann habe ich wirklich alles drin. Knossi, ich habe mir gerade deinen Song gegönnt, ich sehe dich jetzt schon auf dem Ballermann rumtouren und dass du da die Hütte abreißt. Ich habe viele YouTube Songs und so weiter gesehen, auch ernsthaftere Songs, wo man denkt schon, oh, gut gemacht und so, aber diese Kiste passt sowas von zu dir. Wie gesagt, ich sehe dich schon auf irgendwelchen Ballermann-Konzerten rumtouren. Du bist nicht ganz dicht. Hier, Leute, vom Sushi-Meister höchstpersönlich, acht Jahre Sushi-Ausbildung gemacht. Guckt mal, was uns der Chef höchstpersönlich geliefert hat hier. Oh, krass. Was haben wir hier? Oh. So, da ist schön Sushi gegessen. Jetzt hier mit dem pinken Kissen ein bisschen schön, eine kleine kreative Pause. Für euch gibt es ein neues Forza-Video, Leute. Hier abswipen, richtig geil. Ich liebe Forza, da habt ihr mir was eingedreht, ey. Legen wir jetzt hier einfach mal los. Dann habe ich mir noch den Spoiler hier gegönnt. Für mich gilt jetzt auch erst mal optisch, weil er mir einfach gefallen. Also hast du auch Leistung auch irgendwas gemacht? Nein, 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 nein. Natürlich. Nein, aber nicht. Ich habe Reifen. Ich weiß ja nicht, was du privat zu Hause machst. Ja, du, Frauenkleider anziehen. So, heute wird mal der nette AMG getankt. Ich bin echt zufrieden mit der Kiste. Auch meine Geschäftspartner sagen, wow, geiles Auto. Wir sind damit lange Strecken zusammengefahren. Und das Auto überzeugt echt. Das ist so ein schönes Auto. Wirklich, erfüllt voll und ganz seine Aufgaben. Sei es sportlich oder auch im Komfort. Einfach ein Hammerauto. Und natürlich kriegt das Auto nur das Beste, Leute. Echt ein toller Wegbegleiter, muss ich sagen. So, jetzt hier nochmal meine Presse. Wir haben vieles für die FIBO heute weiter geplant. Ich kann euch eins sagen. Es wird noch krasser als letztes Jahr. Wir werden noch als viel größere Armee mit euch natürlich auftreten. Wir werden ein neues Zeichen auf der FIBO setzen. Auch wenn wir es letztes Jahr gemacht haben. Und ihr könnt was Unfassbares gewinnen. Darauf möchte ich noch nicht eingehen. Aber das wollen wir durchziehen. Und das wird krank. Das wird einfach unschlagbar. FIBO 2020 gehört uns. Das wird einfach unschlagbar.